Galatasaray steht kurz davor, ihren nächsten Spieler zu verpflichten. Frederik Miju ist demnach vor wenigen Stunden in Istanbul angetroffen und soll das Mittelfeld der Löwen nun verstärken. Galatasaray teilte das Ganze auch schon per Börsemeldung mit. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, wann sie das Ganze auf ihren sozialen Medien bekannt geben. Angenommen, es passiert jetzt nichts komplett Unerwartetes. Der norwegische Nationalspieler soll in den nächsten Stunden den Medizincheck absolvieren und im Anschluss seinen Vertrag bei den Gelb-Roten unterschreiben.